Erstens erfinden Sie eine Gesellschaft, die nur aus zwei Gruppen besteht, den Wir und den Anderen. Zweitens reduzieren Sie alles auf Ihre Kernbotschaft. Drittens erfinden Sie Kose und Hassnamen für die Anderen. Viertens machen Sie die Wir schön und die Anderen hässlich. Fünftens gestehen Sie den Anderen nicht einen Funken Moral zu. Vierzehn erfinden Sie Sündenböcke. Fünfzehn immer den bösen Einzelfall verallgemeinern. Zwanzig beschimpfen Sie Ihre Feinde. Vierundvierzig grenzen Sie aus. Fünfundvierzig behaupten Sie, dass die Anderen Sie ausgrenzen. Sechundfünfzig lügen Sie. Setzen Sie Fakten außer Kraft. Einundsechzig verbreiten Sie Verschwörungsmythen. Und zum Schluss leugnen Sie jedes Muster. Merci. Fünfzig cry. Untertitelung des ZDF, 2020